Jetzt streben wir die Gäste, montieren und eine letzte Schleife geben. Es hat geschmeckt wie wir zu Hause im Badezimmer. Ja, Haarspray braucht man auch für die Beine, für die Haare hochstrahlen, damit es einfach nach mehr Haare aussieht. V.a. mit den Kleinen ist das wichtig. Sonst bräuchten wir den Spray eigentlich nicht. Das ist eigentlich für die Beine. Also nicht für den Glanz? Nein, für den Glanz nicht. Eigentlich unbedingt. Glanz, wenn ich Waschmittel nehmen, kommen wir mit einem Kleideröl. Genau das gleiche Waschmittel. Was ist denn das für eine Bürste? Eigentlich ist das eine Pferdebürste. Aber die gehen super, die gehen am besten, um zu streben. Die wollen ja nur für die Gäste streben. Für mich selber nicht. Das war die Idee. Das war das. Das war das. Untertitelung des ZDF, 2020